und raus kein mensch wird jetzt den schrank nein 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 geht weg geht weg ich komme nicht ich komme nicht in das fahren menü ich komme nicht fahren ich will ich will da lang fahren ist mir scheiß egal wo ich hinfahre und vorwärts und vorwärts und ich von mir aus bringe ich auch die pissen mit ist mir egal bitte unser nachbar klingelt jawohl ich hab doch noch die pissnecken am arsch jetzt auf geht's wir fahren so ich wollte ja mikro kabel wackeln ich lasse fallen ist wieder scheiße deswegen ich glaube mit meinem mit diesem kabel ding sonst irgendwas nicht in ordnung ja noch mal umtauschen ja kein plan irgendwas stimmt doch nicht ok jetzt hörst du mich und ich würde ich aber ich habe kein spielshorn mehr doch doch sehr leise aber ist doch ok da geht das nicht jetzt kommt er wieder wieso frisst der nicht wer der affe nein ich zähm uns gerade ein flugdino aber der frisst nicht also hast du hier dings färben nutzen nein oh gott die gegensteine fallen lassen war nicht das richtige hast du fleisch mit dabei ja ja alter nein mann ficken schon wieder mal sind jetzt so neblig sag mal kacke ey ich habe auch nicht mehr genug narko bären oh das war wieder so eine unüberlegte aktion wo bist du denn wo bist du denn vor unserer bude ok ich habe nämlich glaube ich noch welche komm schon komm schon komm schon komm schon nein komm schon ja zweimal ok 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 ich bring dir welche ich bring dir welche prob ich erst mal wieder reinballern oh ich finde keine jetzt hat er auch was von dem fleisch gefressen oh cool juhu oh ich hoffe das fleisch reicht ähm wenn nicht so das wird ja jetzt gebraten hm ja wenn nicht hätte ich noch gebraten das im angebot ja ich hatte gerade noch ein dodo der latschte hier vorbei der muss leider auch dran glauben wenn nicht nimmst jamie fox ähm weg er hat auch noch zwei ey jetzt gebt mir verfickte narko bären das kann doch nicht dein ernst sein irgendwas ist gerade weg geflogen ne ist nicht meiner so irgendwas stimmt mit dem kabel immer noch nicht drei narko bären ja sonst zieht doch den usb einfach nochmal komplett raus ne dann bin ich ja komplett weg wer klatscht denn hier hinter mir rum ach noch so einer nicht weg doch jetzt ja hab Das Zähm geht aber echt lahm, ey. Das wird nicht reichen von den Narko-Beeren. Oh, nochmal zwei. Sehr gut. Nochmal zwei. Bist du jetzt noch da? Scheint nicht so. Und einmal. Und hin. Na, guck mal an. So, jetzt hab ich acht. Jetzt mal wieder ein bisschen hochpushen hier. Jetzt hat er noch ein Fleisch gefressen. Guck, guck, guck. Alter, ich brauch mehr Narko-Beeren. Narko-Beerchen, gib mir deine prallen Beeren, die an deinem Stängel wachsen. Was? Pralle Beeren. Am Stängel. Mein Bengel. Was ist denn da hinten so demotiviert? User entered your channel. Ja. Nee. Sieht doch noch nicht zurück. Ich höre dich nicht. Aber ich habe Narko-Beeren. User disconnected from your channel. So, guck mal. Jetzt ist er fast auf 170 hoch. Also komplett weg. Es wäre aber toll, wenn du mehr Fleisch fressen würdest. Warum frisst du kein Fleisch? Oh Gott. Aber der ist eigentlich gut bewusstlos. Ich hätte mir den schießen können, wa? Test. Jo. Okay. Verdammt, der Axt. Ja, okay. Kannst du knicken. Ich brauche Fleisch. Wofür? Na, für den Flugdino. Achso, jetzt kein Narko-Beeren, sondern Fleisch mehr? Beides. Kein Narko-Beeren mehr, sondern Fleisch. Ich renne jetzt gerade zum Strand. Hier muss er irgendwo. Gefiedertes Futter. Hast du auf Jamie geguckt? Nee, hab ich noch nicht. Dann geh ich da jetzt mein... Nehme ich ihm erst mal das Fleisch weg. Falls er noch welches hat. Ich hab mir welches gegeben. Vorhin. Ist hier nicht irgendwo ein Flugsaurier, ein anderer, den ich jetzt erstmal wegschießen kann? Mann ey, wieso ist denn das so leer bei uns? Weil wir das vorhin schon alles genommen haben. So, wo ist denn der Flugsaurier? Warte. Das ist übrigens nicht... Also, ich wollte es nochmal kurz erklären. Das ist nicht der USB-Pümpel, der da irgendwie laggt, sondern es ist dieses Verbindungsschnüppelstück, wo beide Kabel zusammenlaufen. Ich bin hier. Ich bin jetzt bei dem. Du müsstest mich eigentlich sehen. Hier. Ja. Links, also Richtung Strand. Ja. Richtig. Hast du auch noch Narko-Beeren? Hier, da hängt der Boden. Ja, ich hab... Deswegen wollte ich, ähm... Ja, komm. Weil ich... Ja, ich habe auch noch Narko-Beeren. So, geh weiter sammeln. Okay. Ich geh jetzt mal da unten an den Strand gucken. Ist mal schnell mal angezogen. So. Ja, deswegen bringt sie jedenfalls nichts, wenn ich den Uhlpümpel rausziehe, weil ich es ja hören muss, was ich da... Also, was ist dieses Kabel fabriziert. Na, guck mal. Hä? Hä? Da. Na? Ich will den Flugsaurier. Ich will ihn so sehr. Nein, jetzt gibt der blöde, verfickte Dodo mir sechsmal... Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch alles einfach nicht wahr sein. Das laggt gerade bei mir. Was? Das Spiel? Team Speak? Ja, Team Speak. Was? Aber es ist kein Problem. Speak, ja. Aha, bei mir lagts auch. Ja, gut. Dann sind wir unter einen. Piranha? Oh, tatsächlich. Brauch Futter. Bleib... Stehen, du grüßend Vieh. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Fleisch das Problem ist. Ich glaube, es sind eher die Narko-Beeren. Ja, aber es funktioniert ja. Achso, du meinst, weil es zu wenig ist? Hm. Bist du schon zurück bei ihm? Ich sammel und sammel und sammel Narko-Beeren und stopp sie in den rein. Gut. Fleisch hat er noch fünf. Die fünf Stück, die jetzt drin sind, sind noch drin. Wie ist der Narkose-Status? Hm, ein bisschen überhalb. Ja, dann hau nach. Ja, ey. Was denkst du, was ich mache? Ich muss aber sammeln zwischendurch. Aber hier sind nicht mal Fische. Das hat jetzt einen Witz. Ich glaube, ich spinne, Alter. Da. Okay, 14 und 4 Fleisch. Und wir sind bei auch über der Hälfte Zähmen. Also, es läuft. Zwei Fleisch. Oli, wo muss ich hin? Da. Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, komm her. Wichser, komm ins flache Wasser. Hier, bin ich. Lecker, ich schmecke gut. Komm her. Ich schmecke total lecker. Traust dich ja eh nicht. 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 Loser, loser, totaler Loser. Stirb, stirb, stirb. Oh, darauf kacke ich erst mal. Oh Gott. Kack ihn an, kack ihn an. Gib mir dein Fleisch. Sieben Fleisch. Jawollo, ich komm. Ich stoppe ihn mit Narcobären voll. Ich komme. Sehr gut. Also Fleisch müsste jetzt reichen. Ja, Narcobären auch. Bin jetzt bei 21. Ja, das müsste hinkommen. Wer da liegt. Obwohl, das bewusstlos ist nicht so gut. Äh, ja, du musst es ja auch fernbenutzen machen. Ja, ich bin doch nicht bei jeder Beere. Natürlich. Nee. Bis es wieder ganz voll ist. Du siehst doch unten Betäubtheit. Du musst die immer hochhalten. Der frisst die Beeren von alleine nicht. Achso. Das hat er noch nie gemacht. Ja. Ich hab mal nur bei der ersten Beere. Musst du auch reichen, dachte ich. Nee. Nein, ist doch gut. Wir haben doch jetzt genug. Ui, das war knapp. Läuft doch. Was ist, was, was war gerade die Frage im Chat? Ach, ist doch für die Schnauze. Oh. So. Na gut, ich geh trotzdem nochmal sicherheitshalber. Narkobären sammeln. Das wäre richtig gut, diese, was wir gerade geschrieben haben. Ja, ja, ich weiß, hab ich gelesen. Ja, ja. Ähm. Nicht auch gut. Weil wir dann oben das zum Beispiel mal richtig zubauen könnten. Ja. Und zwar welchen? Wir brauchen, ey, wir brauchen richtig viel Fleisch, ne? Und vor allem brauchen wir so einen Fix-Sattel jetzt für das Viech, damit ich mit dem auch auf Berge fliegen kann.